Achtung Achtung! Die folgende Sendung beginnt nicht ohne Grund zu so später Stunde. In ihr kommt ein reichhaltiger Wortschatz zum Einsatz. Humor ist als solcher nicht gesondert ausgewiesen. Es handelt sich um keine Beratungssendung. Alle Anrufe erfolgen auf eigene Gefahr. Von der Nachahmung der in der Sendung gefallenen Sätze wird dringend abgeraten. Sollten Sie schwache Nerven, menschliche Gefühle oder gar guten Geschmack besitzen, kann es sein, dass die folgenden 60 Minuten nichts für Sie sind. Denn hier ist... Fritz! Ab 18! Die Tommy Wasch Show! Das ist aber wirklich...